Wenn du dich für Trance Ausbildung interessierst und du dir überlegst, ob du jetzt schon Erfahrungen und Talente mitbringen musst, kann ich dir sagen, nein, das braucht es nicht. Weil Trance wiederum ein natürlicher Zustand ist, kann jeder Mensch das erlernen. Es ist hier dann einfach wie mit jedem anderen Talent. Jemand lernt Piano spielen, der eine wird berühmter Konzertpianist und einer macht es mehr für sich zu Hause. Genauso ist es hier nicht. Also jeder Mensch entscheidet dann selber, wie weit er sich in dieser Trance Ausbildung engagiert und wie tief er gehen will. Aber jeder kann das zu einem gewissen Grad erlernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017